Was denn nochmal? Na freilich nochmal, mein lieber Molle. Äh, also nochmal. Das ist mehr so eine alte Putzfrau gewesen. Lass mal hören, warte ich. Ja, wie, hey, genau so ist das. Kannst doch nochmal machen, wenn zu viel Power in dir steckt. Wie dein großes Vorbild, Rob Halford. Wie bitte zaubern im Studio, das ist alles fürs Team. Schreibe mit. Ne, das sind ratatatatatatatatata, da ist nicht so ein Gefusche drin. Die Steigerungen waren jetzt geil, ich glaub, die nehme ich. Aber der Wirbel ist nichts, du hast keinen Flemm gemacht am Anfang. 赤in. Ganz großer Mann bist du. Das kommt geil, hörst du dir nochmal an, du Wichser? statt der immer hier, lalalala, Ospring, so ein Blödsinn, ey. Mach der hier Ospring. Das ist mir zu kontrolliert. Kannst du da so, wie der tasmanische Teufel, so richtig, so richtig, weißt du? Also es wirkt, das soll ja... Das kommt aber wahrscheinlich mit Mikrofon. Mit Mikrofon, stelle dich nicht so an, Ospring kannst du da hochfalten. Gibst du mal das Lila, ne? Ich danke dir. So ein ganz billiges Toupet drauf, was ich immer zeitversetzt bewerbe. Ist aber trotzdem schwer. Ach, schwer. Ja, du hast das Gewicht dieser Welt zu tragen, die Momente. Ich bin ein absoluter Profi wie dir, Arteide. Ich bin auf dem Gitarrenstecker gedreht. Jetzt geht's jetzt ganz doll. Lass aufstehen! Lass aufstehen! Lass aufstehen! Danke für die Geräusche.